Oh, Udwein, hört sich nach Schwerstarbeit an, was du da gerade tust. Ja, ich hab den Chat unterhalten. Was glaubst du denn? Also ich meine... Ja, kann ich jetzt aufhören? Ja, du kannst aufhören. Na dann, das war mir wie immer eine Freude. So, und jetzt sag ich mal, jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu mir. Und der Ranger. Oh, danke, Udwein. Das ist mal eine nette Ansage gewesen. Ja, du hast doch heute die Brille nicht geputzt, oder hast du das jetzt mal erledigt? Ja doch, ich hab die Brille jetzt geputzt. Warum? Deine Verleser gerade. Die welche war lieber nicht ne. Tee, ha, ha, hä, 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 hä. Nö. Ach so. Okay, na dann. Vielen Dank, Udwein. Udwein. Fertig sind wir mit Part of Fire, oder? Äh, nö. Nicht ganz. Nein, meine Liebe, da fehlt noch was. Wieso, was fehlt denn? Wir haben Balthazar getötet. Äh, 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 und? Erinnerst du dich mal? Am Ende der Drache, Kalkatorik, der Brand. Wir müssen den noch erledigen. Ach ja, stimmt. Du hast recht. Jetzt schließt sich noch lebendige Welt Staffel 4 an. Ja, und ich bin ganz froh. Ja, man hat mir gesagt, ähm, äh, danach, das wäre, äh, nicht mehr ganz so lustig. Mhm. Ja. Ziemlich viel zu tun. Bei den Nohren. Aber es gibt mir die Möglichkeit, da mal wieder bei Mutti vorbeizugucken, ne? Oh ja, Udwein, du guckst bei Mutti vorbei und schaust mal, wie es ihrem neuen Freund so geht. Hä? Ich brauche nicht nach dem Gucken. Äh, äh. Ich muss überhaupt mal kennenlernen. Das stimmt. Hast du also noch nicht gemacht? Nope. Okay, gut. Ich frage dann einfach später nochmal, hm? Jetzt bist du irgendwie mundfaul geworden, oder was? Hm, hm, hm. Hm. Well. Well, Udwein. So. Chronik. Heart of Fire ist abgeschlossen und für uns geht es jetzt in die Staffel 4 der lebendigen Welt. Der erste Teil heißt Tagesanbruch. Und wir spielen diese Episode. Hey, Kommandeur. Hey, timey hier. Redlock ist auch da. Sag guten Tag, Redlock. Ach, Tag. Redlock hat sich um unsere Vorräte gekümmert und ich bin fast damit fertig, Schraddlwüsten fett zu machen. Wenn du denn also bereit wirst, nach Orin zu suchen, wir sind auf einem Doi-Jag-Ruf gleich außerhalb von Amnon. Immer der Nase nach. Hä? Immer der Nase nach. Ach, ach, da freue ich mich drauf, die kleine Quietschmaus wiederzusehen. So. Na dann. Amnon. So, hier raus geht es. Gegend südlich von Amnon. Tatsächlich haben wir da... Wow. Ach, diese Wegmarken-Faulheit hier, ne? Wir sollten vielleicht mal die Abtei Domand und ihre Asura bitten, ein paar Notwegmarken hier überall aufzubauen. Das ist ja schrecklich. Ja, bei mir laden gerade noch ein paar Dateien im Hintergrund, deswegen dauert es ein bisschen länger teilweise, jetzt die Karten zu laden. Tjo, aber da sind wir, Udwein, auf den Raptor, fertig, los. Ja, lädt alles noch ein bisschen. Die Kühlung ist auch noch nicht angeschmissen. Das stimmt. Auge des Brandsturms heißt der erste Teil. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du einen anderen Raptor haben solltest. Das Geräusch kam schon. Also das... Also das Geräusch kam schon, nachdem wir... Ich habe momentan überall nur Standardviechern können. Ah, das Geräusch kam schon von dem eigentlichen Rochen, den ich nutze. Wow. Naja, gut. Na gut. Aber wir geben jetzt der Story einfach Vorrang, oder Udwein? Ja, Hauptsache ich komme dahin. Außerdem ist ja gerade Nacht und ich brauche gerade keine Kühlung. Na dann. Gehen wir mal hier über die Felder. Ich höre allerdings die ganze Zeit die Geräusche. Anscheinend fehlen mir ja auch noch die Eventleute. Oh ja, ich kriege nämlich Schaden. Aua. Udwein, pass bloß auf. Vielleicht sollte ich doch noch warten, ha? Na, ich bin ja gleich in der Instanz. In dem instanzierten Bereich sollte das nicht so sein. So, hier geht's los für uns. Auge des Brandsturms. Gott, die Artworks, die Artworks, die Artworks. Mir ist übrigens aufgefallen, dass viele Arnett-Creative... Großartig. Wir sind in dem Pferch hinten. Verzeiht bitte den Ort. Aber da ihr Joko seine erweckten Armee weggenommen habt, dachte Agent Kito, wir sollten uns eher unauffällig verhalten. Die Stimme kommt aus dem Wetter-Rucksack raus. Oh, well, well. Gesundheit. Der Herr Holzhase ist noch da, geht gleich zur Arbeit. Da seid ihr ja. Muss bloß noch ein paar Sachen bei Schradl anpassen, dann können wir los. Wir sollten uns bei Jory und Kes nennen. Nachsehen, ob sie Kralkatorik eingeholt haben. Sie haben sich schon gemeldet. Kralk hockt in irgendwelchen Bergen. Sie sagten, er benimmt sich seltsam. Das ist aber komisch. Irgendwas stört das Kommunikationssignal. Ich versuch's mal vorne, draußen. Ähm. Hier ist auch ganz komisches lila Zeugs in der Luft. Guck mal. Sieht fast aus wie ein Portal. Alter, Taimi, pass bloß auf. Wo ist die kleine Maus hin? Äh, naja. Wo ist Kanach? Ich dachte, er sei bei euch. In Amnun. Kassiert sein Gewinn. Er setzt doppelt oder nichts auf euch und Kralkatorik. Da wir gerade davon sprechen, was wird denn aus uns, wenn wir die lila Gefahr tatsächlich kriegen? Ich hoffe ja, Taimis Forschung bringt uns irgendwas. Und wenn nicht? Kommandeur, Riddock, komm schnell! Ich hab doch gesagt, da ist irgendwas in der Luft. Hört ja keiner auf den alten Undwein. Oh, wow. Da ist viel mehr als ich dachte. Was ist das Rauschen verursacht? Ein Brandsturm? Hier? Ich sehe keine Spur von Kralkatorik. Wenn Kralk uns überflogen hätte, wären wir alle jetzt Kristalle auf Beinung. Sieht aus, als hätte Kralkatorik ein paar neue Tricks drauf. Tja. Deswegen habe ich ja Schradl mitgebracht. Ich lasse ihn gleich mal einen Scan machen. Klingt gut. Riddlock und ich gehen mal etwas näher ran und sehen uns um. Äh, ja genau, Udwein. Geh auf die Gefahr zu. Definitiv. Er macht ja sonst keiner. Wir haben doch bloß einen Altdrach mit der Energie eines Gottes versorgt. Was kann da schon schief gehen? Hör! Sieh am Himmel! Naja. Ich würde sagen, ab nach am Nun. Was habe ich denn hier jetzt Schönes? Ach, die Legitäratoren. Ich war jetzt schon ein bisschen verwirrt. Ich nehme an, wir können auf den Raptor steigen. Genau. Und das Ganze ein bisschen verschnellern. Tja, warum passiert das hier? Retten wir Bürger in Amnun. Das kriegen wir schon hin. Ganz schnell. Verdammt. Oh nein! Nein! Ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Dann solltest du dich einfach... Oh je. Die sind alle schon so gebrannt, Magd, hier. Verdammt. Verdammt. Oh, meine Maus ist gerade ein bisschen unzuverlässig, merke ich gerade. Das ist schlecht. Aber wir müssen auch hier hin, um noch mehr Leute aus den Kristallen zu holen. Wir müssen diese Leute retten. Wir müssen diese Leute retten. Steht mir bei! Genau. Sag mir bitte, dass ich... Hilf uns mal, Kala! Einem Drachen habe kämpft gesehen. Was? Ich hab's nicht gesehen, ich hab auf die Bürger geachtet. Wir haben alles getan, was wir konnten. Abwasch! Was? Aureen ist hier? Oh man, die Kleine soll auf sich aufpassen. Na dann, steig schnell auf den Raptor und weil, so sind wir einfach schneller. Oh oh. Ich denke, wir ignorieren die hier mal. Denen ist sowieso nicht mehr zu helfen. Was? Ach du Schande. Was soll das denn jetzt? Ach. Hin und her. Vor und zurück. Genau. Ja. Ich kann jetzt auch mal sagen, ich bin Legion. Und Wein ist Legion. Ah, ich verliere aber ein bisschen Blut. Das tue nur ich, nicht die Legion. Abmarsch, Leutners! Ob ich wohl meinen geisterhaften Scha... äh... Freunden sagen könnte, dass sie mal ein bisschen leiser sein sollen. Ja, richtig wohl fühle ich mich auch nicht, aber okay. Wir müssen diese Leute befreien. Noch mehr! Natürlich, ich bin da. Ach du Schande. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen und weinen. Ich glaube, ich nehme mal lieber die Chiro-Form. Damit bin ich dann auch einfach ein bisschen schneller. Und die Heilung ist ein... Er sammelt euren Trupp und die geht euch zum Südtur. Ist ein bisschen direkter. Okay, Gefahr gebannt. Da ist der Nächste. Oh, oh. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich fürchte, der wird gleich. Gut. Na, wenn, dann sorge ich dafür, dass die Leute einen guten Rückzug haben. Kein schlechter Kampf. Und jetzt rein da. Am Nun, da sind so viele Leute drin. So langsam fange ich an, das persönlich zu nehmen. Ich auch. Ah, meine Maus. Ich kann gerade nicht wirklich gut... Wie muss die eigentlich ausstecken? Aber so mitten im Kampf ist das auch doof. Es ist doch gerade ziemlich dringlich, hier schnell aufzuräumen. Wir müssen zum Südtur. Alle Kavaliere, die noch übrig sind, in der Stadt sammeln. Ja, aber da ist auch meine Drachenfreunde drin. Oh, keine Ahnung. Mehr werde ich nicht mehr, müsst ihr wissen. Aber Schluss mit dem Gerede. Diese gebrannt magten Leuten anslassen Untote auferstehen. Ich hoffe, ihr habt eure auferstandenen Zertrampelstiefel an. Ja, die trage ich immer. Dieser auferstandene Zertrampelstiefel. Dieser auferstandenen Zertrampelstiefel. Erstmal. Ich muss unbedingt meine Maus ausziehen. Ah, ich hasse das. Sehr schön. Sollte vermutlich gleich diese Leutmanns erledigen, wenn wir schon dabei sind. Das ist angenehm. Ich fühle mich allerdings gerade so ein bisschen so schwer irgendwie. Ach, meine Reaktionen hier. Wo ist denn hier so ein Kristall? Wir können schon mal ein bisschen was wegmachen hier. Ah, und Guild Wars ist ja jetzt auch nicht wie ein anderes Spiel, wo man einfach mal kurz die Pausetaste drücken kann. Wo man mal kurz Escape drückt und dann ist gut. Moment, vielleicht kann ich die Sache so erledigen. Ich habe leider keinen Hammer dabei. Mit dem Uthwein. Gut, aber wenn jetzt hier gleich mal nicht mehr so viele Gegner stehen, dann kann ich... Mein Gott, es sind doch wieder neue da. Hui! Es ist immer noch einer da. Ich werde jetzt... Das sind sogar... Meine Güte, die spawnen immer wieder nach. Das ist blöd. Ich schaue mal, ob ich gerade... Ja, da oben kommt so ein Kavaliergrad runter. Ob ich mich mal kurz in die Ecke stellen kann, um meine Maus auszustöpseln. Ah, super. Fürchte, du musst das mal ganz kurz machen, Redlock. So. Maus wieder rein. Töpf! Auch... Ah, jetzt. Aha! Jetzt habe ich wieder Macht über mich selber. Okay. So, mein Freund. Ich wollte nicht mit dir reden. Blut-Legion, erledigt das. Das ist gar nicht so einfach, hm? Steht mir bei! Wenn ich mal wüsste, wo die... Wo die Kristalle von dem sind. Ich kann ja gar nicht angreifen. Ich dachte, hier sind irgendwelche... Weil so komme ich da überhaupt nicht rein. Ich komme da ja nicht rein zu dem. Steht mir bei! Alter Schwede! Ähm, wie sollte das hier gehen? Hallo? Oh, Entschuldigung. Ich habe das noch nie mit einem Nahkämpfer gespielt. Wartet mal. Der Utwai muss leider außer Kampfes kommen. Sonst kann ich nicht auf den Bogen wechseln. Denn der Stab ist ja eine Nahkampfwaffe beim Wiedergänger. Okay. Nein, 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 nein! Ich wollte gerade sagen... Könntet ihr mal bitte weggehen? Entschuldigung. Vielen Dank. So, dann würde ich mal kurz wechseln... ...auf den Bogen. Äh, schwupp hier. Vielleicht funktioniert das. So, mein Freund. Unverwundbar. Ähm. Ich bin... Äh, verwirrt. Sehr verwirrt. Denn die anderen Dinger... ...ähm, sind nicht da. Auch der nimmt keinen Schaden. Aber ihr stellt euch das ja einfach vor. Oh, da ist einer. Oh. Aha. Die stehen aber weit weg. Der andere stand so nah dran, dass ich nicht gedacht hätte... ...dass ich nicht gedacht hätte, dass es so weit weg ist. Naja. Okay. Gut, weil du machst es. Vom Boden aus. Ja, natürlich vom Boden aus. Mir tut hier etwas weh. Ich mach das alles auf dem Hosenboden. Allerdings, Sprinter... ...vielleich ist meine Brille auch nicht so gut geputzt heute. Tja. Ach ja, weißt du. Ich verlange, freigelassen zu werden. Nein, du darfst nicht frei werden. Ach, guck mal. Der ist auch da so weit oben. Wow. So. Okay. Ermächtigungskristall. Also prinzipiell finde ich es gut, dass man auch nach oben gucken muss. Dass man die gesamte Höhe der Karte auch noch mit beachtet. Aber naja. So nah wie der eine Kristall an dem einen Leutnant war, habe ich ehrlich nicht gedacht, dass es so weit weg ist. Ja, dann mal los. Wir haben aber lang genug gebraucht hier, Trödel-Tanten, wir. Ah. Ach, schon wieder einer. Da machen wir dann jetzt aus dem Unterkonstabler einen Toten-Konstabler, okay. Ja, tut mir leid vor euch aber. Tut mir vor allen Dingen deswegen leid. Tja. Ihr Brandmark zu werden, macht er ihn noch gemeiner. Ja. Geben wir ihm den Rest. Schade aber auch. Mit der Kuh. Konstabler Rahim wird wissen wollen, was aus seinem Unterkonstabler geworden ist. Verstärkung, hier drüben. Von Amnun bleibt nicht mehr viel übrig, wenn ich das mal so sagen darf. Guckt euch das mal an. Die halbe Stadt ist zerstört. So, machen wir den Greif. Und das hier. Wo ist der Typ? Ach, verdammt, der ist oben. Dammit. Ach, der kommt runter. Ja, ist in Ordnung. Du hättest mir ruhig entgegenkommen können. Ich mag es, wenn Feinde entgegenkommend sind. Uppsala. Gut, dass du die Flügel gezündet hast, Udwein. Hase, zu mir. Hase? Nein, ich meine natürlich Böckchen, zu mir. Aber weißt doch, die Leute, die kennen das doch als Hase. Ja, die Leute wissen auch, warum du keinen Hasen hast, sondern ein Böckchen. Ja. Ich bin auch ganz froh, wenn ich das nicht nochmal sagen muss. Ach, solche Macht. Hallihoppa-la. Wo ist er denn? Oh. Keiner hat das erledigt. Sehr guter Mann. Sehr guter Mann. Na? Oben auch, ja. Also, Böckchen, Angriffskommando. Ja. Oh, aber wo ist das Ding? Da. So, den Rest können wir ignorieren. Aber nicht meins. Aber, aua. Verdammt, doch meins. Ja, niemand hat sich unter Kontrollen. Ja, niemand hier. Nur die Reger manchmal. Ach, verdorri. Das ist aber auch gerade ein bisschen peinlich, wie oft hier ich aktuell QWE drücke, anstelle 1, 2, 3. Und jetzt kommt auch keiner mehr, um mich hier zu retten. Ritlock ist wahrscheinlich auch irgendwo gerade. Ritlock ist wahrscheinlich auch hier zu retten, wie oft hier zu retten. Vielen Dank.